Die USA sehen aktuell keinen Bedarf für einen beschleunigten Beitritt der Ukraine zur NATO. US-Sicherheitsberater Sadoben erklärte, es sei derzeit besser, der Ukraine durch praktische Unterstützung vor Ort zu helfen. Der ukrainische Präsident Zelensky hatte nach der formellen Annexion von vier ukrainischen Regionen durch Russland einen Antrag auf beschleunigten NATO-Beitritt gestellt. Auch Bundesaußenministerin Baerbock äußerte sich zurückhaltend. Deutschland unterstütze die Ukraine auch weiterhin mit schweren Waffen bei ihrem Recht auf Selbstverteidigung. Man tue jedoch alles dafür, dass die NATO nicht in diesen Krieg mit reingezogen werde, erklärte sie im ARD-Brennpunkt.